Wieso, weshalb, warum spinnet Leute dann herum? So Sau, du, so Sau, du, so Sau, du, so Sau, du, spinnet's dann da rum. Pompig, pompig, dreckig, dreckig, niederlich. Wirst pompig angesprochen, obwohl der Felix kommt. Oh, weh! Die sollen da ein, die Leute, die das machen. Die sollen doch den Dreck erst selber von der Haustier, dann wegkehren, bei sich dann selber. Bevor man auf andere schaut, wird es dann wichtig, dass man sich auf sich selber erst mal schaut. Manchmal bin ich auch nicht besser. Manchmal muss ich mich auch lehren. Ich lass mir auch nichts gefallen. Jawohl, jawohl, ich trink ein auf Eis, dies, dies, ein Bier auf ein Wohl. Alles. Dann geh ich dann nach und danach. Ärgere mich und sauf dann wie ein Loch. Dann können sie mich am Arschlecker, Arschlecker. Dann sollen sie doch, wenn sie es besser machen können, wenn sie es besser machen können, auch sie selber schauen. Wieso, weshalb, warum ist die Bananik rum? Wieso, weshalb, warum sind manche Leute so dumm, wenn sie das auch machen? Die Leute unschuldig angreifen. Mit Papi war das so widerlich und dreckig. Ist das dumm? Sind sie doch dumm. Da tun sie doch. Da machen sie sich keinen Gefallen. Merken sie denn nicht, dass sie dann sich schlecht fühlen? Ich mach das aber nicht. Ich weiß das ganz genau. Ich bring euch ja ja bloß zum Lachen. Ich bring euch auch dann zum Lachen. Ich bring euch auch dann zum Lachen. Genau. Das war das Liedl. Und das ist jetzt aus. Da? Genau. Jetzt machen wir noch Feierabend. Wie ich denn schaffe. Das Liedl ist mir jetzt gerade zum Gedanken eingefallen. Vielleicht schreibe ich es auch noch. Das war ein Lied aus meinen Gedanken raus. Schreibe ich das vielleicht? Nein, lieber nicht, glaube ich. Okay.